und morgen leute radio schon an schön dass wir wieder am start sein ich hab bock wir machen noch eine tour schön vom griechenland aus wir sind momentan hier in der metro das letzte mal von tessaloniki hergekommen jetzt fahren wir eine kleine tour richtung norden raus aus griechenland rhein nach nordmazedonien nach bitola da hinten ist ein grenzübergang da müssen wir rüber wir schauen mal was so geht das ganze pro mods und im multiplayer trackers mp nicht dass ich es vergesse so sind so um die 250 kilometer also recht übersichtlich mit schwung so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Durch die ganzen Tunnel In der Folge werden wir jetzt hier aber nicht die ganze komplette Strecke wieder zurückgefahren, sondern nur Bruchteil davon Und dann nach links abbiegen Richtung Norden So wieder nächste Maut Ja, hier liegt ganz gerne auch diese Durchfallsmauten Einfach nur ein Gerät, was eben misst Und dann automatisch abgebucht wird Aber hier muss ich ständig bar zahlen, Fenster auf, anhalten und so weiter und so weiter Ihr kennt das Naja, Truckerleben ist nicht einfach Und wenn er als Chef noch selber fahren muss So, ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020 Wie soll es ja vor weer Liebe Jesus Wie soll es gerne mit neben einemเอ Carrie know es sind Und wenn ich rein scherde, mache ichawatzeigt,Radziell bleiben wir auf der straße immer diese kleinen grauen stellen über verstehe das gar nicht die ist jetzt weg egal so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder wir fahren mal in Iveco oder sowas Anial, wer schon mal ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also im Eurotruck. So, nicht mit Mod-LKWs kommen. Ich möchte das ganz gerne vermeiden im Eurotruck, solange ich den Pro-Mod fahre. Beziehungsweise im Multiplayer geht das hier eh mit den Mod-LKWs nicht. Und dann müsste ich wieder umschwenken auf Solo-Play. Aber sobald ich dann mit den Jungs wieder fahren will, von den Acker-Trackern, dann müsste ich das wieder alles ummodeln. Und ich nehme mir nicht nur dieses Spiel auf. Da fehlt mir ein bisschen Zeit für. Lausch mit meiner schönen Stimme. Aber der Song ist wirklich geil. Übrigens alles No-Copyright-Musik. So, wir nähern uns jetzt, ist ein Grenzübergang. Ich war noch nie hier. Oh, ist das aufregend. Ich weiß nicht, wie es so ist im Moment. No. Hey. Hallo. anybody here there no kinder da und prüfen unsere papiere in der leine okay gute fahrt danke so die nordmazedonische flagge hier nächste grenzübergang wie einreise hello keiner will mit mir reden und tschüss so wie schnell wir hier fahren okay habe ich mir gemerkt nicht so let's go wir kommen jetzt an einer im hinteren neuen außenstelle unserer firma vorbei hier links die garage hole ich mir natürlich später ich habe die rote ampel nicht gesehen dann sage ich trotzdem auf wiedersehen ein bisschen kurven schneiden ich liebe kreisverkehr ein verkehr gesagt auf die schranke jawollow und dann wollen wir den auftrag geben sehr schön choco mal die scheibe untertäusch das geht nur mit dem motor so leute das war es hier von meiner seite aus schönen dank dass er wieder dabei gewesen seid war mir wie immer ein fest für euch ein video zu machen das daumen da das kommentare da vor einigen wegen der lkw geschichte manchmal vorschläge dort verfahren sollen wie gesagt keine mods und dann würde ich sagen sie muss das nächste mal wieder in diesem sinne oder rhein war nicht bleibt gesund ich bin raus tschau tschau so 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 so